Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen bei Dark Snake Reviews. Wir gucken uns heute aus dem Dark Multiverse eine richtig coole McFarlane Toys Figur an und zwar den Death Metal Batman. Eine Figur, die wollte ich unbedingt haben und ich habe dazu geschlagen, der war relativ günstig sogar und ich kann euch jetzt schon vorweg sagen, das ist rein von Optik her bisher eine der stärksten McFarlane Toys-DC Figuren, die ich jetzt in meiner Sammlung habe. Also der ist wirklich richtig cool gemacht und ist denke ich mal jetzt mittlerweile erstmal auf Platz 1 meiner Lieblings Batman Figuren von McFarlane Toys. Warum das so ist und wie er generell aus der Verpackung ausgepackt aussieht, schauen wir uns natürlich gleich gemeinsam an. Ihr seht schon, er kommt in der typischen McFarlane Toys DC Multiverse Verpackung daher, in diesem schönen Schwarz-Weiß. Die Figur ist wie immer ab zwölf Jahren aufwärts von McFarlane Toys und hat 22 bewegliche Teile. Auf der Seite wie immer relativ unspektakulär, da steht außer hier oben Dark Nights, Death Metal, nur noch Batman, nochmal der Schriftzug hier komplett drauf, also da nicht relativ was wichtiges. Das gleiche auf der Seite auch, da habt ihr nochmal so ein kleines Mini-Window und auf der Rückseite gibt es hier natürlich wieder keine Forscher auf die Figur, sondern ja so gesehen auch das, was wir später als Collector's Cards sehen und da sehen wir den Death Metal Batman und schaut mal worauf der Sitz auf dem coolen Bad Cycle. Das Ding gibt es von McFarlane Toys auch und ich bin schon dran mir das vielleicht zu organisieren, weil ich finde dieser Batman gehört auf sein Motorrad und ich hoffe, dass ich das Ding euch in Zukunft auch zeigen kann, weil ich sehe das hier definitiv als Pflichtkauf an, wenn man sich auch diesen Batman halt in die Sammlung holt. Ansonsten weiter unten, was sehen wir denn da noch Feines? Wir haben noch verschiedene Batman-Figuren, unter anderem auch der Batman, der lacht, sehe ich da. Bizarro, Deathstroke und sogar der Arkham Knight Batman ganz rechts auf der Seite. Den habe ich euch auch schon gezeigt. Wenn ihr da mal gerne reingucken wollt, den verliege ich euch genau jetzt hier oben rechts oben. Schaut da mal rein. Auch der ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal den Death Metal Batman an. Vorher aber noch mal ein kurzer Blick auf die kleine Collector's Card mit dem, was ich euch ja eben schon auf der Rückseite der Verpackung gezeigt habe. Gleichem Motiv hier vorne auch noch mal drauf. Der gute Batman auf seinem Bad Cycle. So ein bisschen der Grim Reaper Style hier mit seiner Sichel. Finde ich persönlich sehr, sehr stark. Und auf der Rückseite gibt es hier natürlich auch wieder eine kleine Bio, damit ihr auch ganz genau wisst, aus welcher Heftreihe dieser Dark Knight, Death Metal Batman ist. Hier steht nämlich unter anderem die Source, also die Herkunftsquelle, ist aus Dark Knights Death Metal 1 aus dem Jahre 2020. Der echte Name ist Bruce Wayne. Er ist 1,88m groß und wiegt 95 Kilo. Ja, und hier steht dann natürlich noch so ein bisschen was zu den Batman drauf. Und zwar, das müsst ihr wissen, ihr müsst dazu vorher normal Batman Metal eigentlich gelesen haben, dass nach den Ereignissen aus Batman Metal halt die Erde komplett zerrissen ist und das Dark Multiverse hat alles transformiert in eine ja doch eher altraumhafte Landschaft. Und ja, Batman ist natürlich wie immer auf der Seite der Guten und versucht dann halt irgendwie noch ja gegen das Böse vorzugehen. Denn ja, das Dark Multiverse wird unter anderem halt von dem Batman der Nacht halt beherrscht. Den habe ich euch glaube ich mal in einer anderen Statuenform vorgestellt. Na, auf jeden Fall super abgedrehte Story, echt genial gemacht. Lest euch das auf jeden Fall durch, wenn ihr Zeit habt. Sowieso, lest mehr Comics, Leute. Denn diese Storyline ist echt super genial. Ja, seine Mission ist eigentlich nur, das normale DC Multiverse zu retten und das Dark Multiverse zurückzudrängen, was ja eigentlich neben dem normalen Multiverse bei uns existiert. Jetzt gucken wir ihn uns mal an. Den guten Batman in seiner Death Metal, ich sag mal Uniform. Und der kann sich definitiv sehen lassen, weil der Detailgrad hier in dieser Figur von McFarlane Toys wirklich richtig, richtig cool umgesetzt wurde. Na, mit seinem langen schwarzen Mantel überall so ein paar Spikes mit dran. Wir können hier überall die verschiedenen Schnallen und Gürtel und alles sehen hier vom Batman in seinem Mantel. Das gefällt mir richtig gut. Und natürlich halt auch mit dieser großen Sichel. Na, das ist echt cool gemacht. Das Gesicht selbst von diesem Batman, der hat mich so ein bisschen wieder an den Frank-Miller-Batman mit den kürzeren Ohren, mit dem eher richtig grimmigen, breiten Gesicht halt. Na, auch da wirklich sehr schön umgesetzt. Und generell der Rest dieser Figur, der kann sich einfach sehen lassen. Und ich denke mal, jeder Batman-Fan, der die Storyline auch selbst kennt und gelesen hat, kann sich hier getrost diese Figur hier in die Sammlung holen. Da sage ich auch jetzt schon mal vorweg eine 100-prozentige Kaufempfehlung für diesen grandiosen Batman. Seht ihr das? Die Details an seiner Maske mit den kurzen Ohren. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Ich mag diesen Gesichtsausdruck. Minimal seht ihr auch, dass sein Mund nochmal mit einem schwarzen Streifen nochmal so ein bisschen untermalt wurde. Ist Geschmackssache. Hat aber auch wieder so ein bisschen den Comic-Style. Hätte man eventuell ein bisschen anders lösen können. Aber so sieht man auf jeden Fall den Mund und das passt eigentlich so weit. Ich weiß nicht, inwiefern das im Video rüberkommt. Seien für euch gesehen linkes Auge hat einen leichten, aber auch nur einen leichten Streifen weiß zu viel. Aber ich glaube, im Video fällt das soweit gar nicht auf. Aber ansonsten bin ich hier auch, was Paintjob mäßig anbelangt, wirklich mehr als zufrieden. Er sieht einfach super stark aus. Ich mag das. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Batman. Und wie gesagt, er ist momentan mein Favorit. Kann man nicht anders sagen. Der ist wirklich sehr stark gemacht. Ihr seht ja auch seinen Mantel hier zum Beispiel, wie er über den Schultern liegt, mit den ganzen Spikes. Das sieht sehr nice aus. Der Mantel hat richtig coole Details. Das sieht nämlich wirklich so aus, als wäre das ein Ledermantel. Ich zeige euch das mal ein bisschen hier. Auf der Rückseite vor allem kann man das sehr gut erkennen. Da habt ihr wirklich so eine Lederstruktur reingeskyptet. Und das sieht wirklich unglaublich gut aus. Dieser Mantel fungiert auch so ein bisschen wie Fledermausflügel, könnte man sagen. Denn wenn wir uns das gleich nochmal angucken. Der Mantel hängt richtig schön runter. Und unten, das Ganze ist natürlich wieder so ähnlich wie sein normales Cape. Ausgefranst, sage ich jetzt mal. Das sieht aus, als würden hier wirklich Leder eine Fledermaus schwingen, am Batman halt hinten runter hängen und sich hier links und rechts an den Beinen so ein bisschen anschmiegen. Also das, das hat McFarlane Toys wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dieser ganze Mantel ist übrigens aus einer Art, ich sage jetzt mal Gummimaterial. Also der ist relativ flexibel. Das finde ich sehr, sehr gut. Allerdings solltet ihr da auch ein bisschen aufpassen. Auch die ganzen Schnallen, das ist alles eher aus Gummimaterial gemacht. Aber es ist gut, weil so habt ihr dann später für den Batman auch wirklich eine sehr, sehr gute Beweglichkeit. Wenn wir jetzt mal ein bisschen die Anzugsdetails genauer angucken, gehen wir jetzt mal hier vorne zum Batman Symbol. Da können wir nämlich auch mal den Mantel noch so ein bisschen beiseite stretchen. Da habt ihr jetzt ein richtig schönes Batman Symbol. Ich finde das persönlich auch sehr gut. Es ist jetzt nicht mehr das DC Rebirth Batman Symbol, was auch nochmal mit einer gelben Linie umrandet ist. Also das ist auch wieder ein komplett anderer Style hier. Und wenn ihr euch jetzt mal die Details im Anzug anschaut, dann erinnert mich das doch sehr stark an den Ben Affleck Batman Anzug. Hier auch wieder richtig schön in Grau und dann aber diese verschiedenen Stripes, die hier mit drauf sind und eine schöne Struktur hat er auf jeden Fall. Das sieht alles sehr, sehr stark aus. Auch hier der Gürtel. Der Gürtel ist ja wohl der absolute Knaller. Erstmal mit einer schönen Batman Fledermaus Gürtelschnalle, aber dann hier diese ganzen kleinen verschiedenen Totenköpfe, die hier dran sind, die auch nochmal hier mit kleinen Ketten halt unterlegt sind. Das sieht wirklich sehr, sehr wild aus. Hat auch einen schönen silbernen Farbtouch abgekriegt. Das ist ein einziger Punkt, wo ich sage, da würde ich mir über Zeit so ein bisschen Sorge machen. Ich finde es sehr gut, dass alles flexibel gemacht ist, aber das ist sehr weiches Gummi. Und wir wissen ja alle, diese Weichmacher sind irgendwann eventuell mal raus und ich mache mir Sorgen, dass die Ketten irgendwann einfach mal einreißen oder sogar abfallen. Also so oder so passt ein bisschen auf, dass ihr diese Figuren nicht zu sehr in der Sonne stehen lasst. Und ich hoffe, dass sich das dann über Zeit nicht alles hier ablöst. Aber diese Ketten, die sind auch hier hinten nochmal komplett. Ich muss das gerade mal gucken für euch hier. Wir können ja den Mantel hinten auch mal hoch machen. Sehr vorsichtig, denn da geht das Ganze noch weiter. Schaut mal da. Da geht das Ganze nochmal richtig ringsrum. Auch hier mit stacheligen Nieten und alles. Und hier ist wirklich noch ein größerer Totenkopf hier auf der Mitte. Das hätte man eventuell eher nach vorne bringen sollen, finde ich. Aber cool gemacht. Wirklich sehr cool gemacht. Also das macht diesen Batman schon wirklich zu was sehr Speziellen, muss ich sagen. Seine Armschützer sind dieses Mal auch eher in diesem Metal-Style, so ein bisschen mit Nieten und wirklich sehr stachelig und spitz. Es sind dieses Mal tatsächlich vier Zacken. Batman hat normalerweise drei Zacken. Da hat auch McFarlane Toys mitgedacht. Das Ganze ist natürlich, seht ihr ja hier, super flexibel und super weich. Weil wenn das jetzt hier aus dem Leichen Kunststoff gemacht ist, wie zum Beispiel der Körper, dann würdet ihr euch hier tatsächlich so ein bisschen dran verletzen. Also auch hier oben übrigens auf der Schulter auch das ja alles relativ weich. Macht euch da keine Sorgen. Ihr seht ja, Detailgrad überall, die kleinen Nieten und alles. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sehe ich hier tatsächlich auch schon an seiner Hand den Green Lantern Ring, meine ich. Aber der ist, wenn er das jetzt ist, nicht bemalt. Ich weiß nicht, ob wir das reinkriegen jetzt hier gerade im Video. Aber da könnt ihr auf jeden Fall was sehen. Kann sein, dass das der Fall ist. Weiß ich jetzt aber nicht. Wenn ihr es genauer wisst, natürlich gerne unten in die Kommentare rein. Ja ansonsten gucken wir uns das Ganze hier auch noch mal unten weiter an. Denn da haben wir natürlich auch noch seine seine Stiefel, die auch hier noch mal richtig cool in diesem Metal Style sind. So Gothic Style. Auch das finde ich sehr nice. Hier überall diese verschiedenen Schnallen und alles, was hier dran gemacht ist. Das sieht echt unglaublich cool aus. Und schaut euch seine Knieschütze an. Auch das sind Fledermäuse. Ich liebe dieses Design irgendwie. Ist mal richtig abgedreht. Es ist nicht. Es ist nicht cheesy. Es ist einfach nur einfach mal so ein bisschen eine noch düstere Version von Batman halt im eher Gothic Style. Daher finde ich diesen Batman einfach sehr, sehr genial. Auch hier auf der Seite sind diese Teile hier. Diese diese Stacheln. Die sind wiederum nicht flexibel. Also da müsst ihr aufpassen. Die sind wieder etwas härter. Da passt auf jeden Fall auf, weil da kann ich mich habe ich mich tatsächlich schon so ein bisschen gepikst. Auch hier an den Schnallen. Die sind natürlich jetzt auch nicht flexibel. Also da ein bisschen Vorsicht. Der einzige optische Negativpunkt an dieser Figur sind natürlich jetzt hier die Kugelgelenke, weil die passen jetzt nicht so wirklich dazu. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen kaschieren können oder vielleicht noch ein bisschen runterziehen können, weil ich finde das sieht ein bisschen komisch aus, wenn er jetzt hier tatsächlich auf diesen Kugeln steht. Das ist jetzt mein persönlicher Geschmack, aber dass das das einzige, was ich an dieser Figur etwas negativ sehe. Ja, und ansonsten, liebe Leute, schauen wir uns jetzt mal hier noch seine ja seine Sichel an, die mit ihren 19,5 Zentimetern Länge doch wirklich sehr beeindruckend für diese Figur ist, die tatsächlich auch Batman in der Verpackung selbst schon in der Hand hält. Also ich habe die Sichel noch gar nicht rausgenommen aus der Hand. Sieht wirklich sehr stark aus, muss ich sagen. Wenn ihr ganz genau hinguckt, erstmal natürlich oben der Sichelartige Kopf. Sieht meiner Ansicht nach auch aus wie so ein halber Batman-Flügel irgendwie. Also wirklich sehr cool gemacht. Er hat einen leichten Dunkelgrauton, ist dann aber auch wieder so mit so ein bisschen Silbergrau halt noch unterlegt. Gerade hier so für die Schneidebereiche hier. Das sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Und hier und da sind sogar schon ein paar kleine Kerben mit drin. Seht ihr zum Beispiel da. Wirklich sehr nice gemacht. Und ansonsten ist diese Sichel dann halt eher auf einem, ich denke mal eher normalen Stab gehalten aus Holz. Der aber auch hier und da umwickelt ist, also komplett von oben bis unten umwickelt ist. Ja, sieht auf jeden Fall sehr stark aus von den Details her, muss ich sagen. Also auch da hat sich McFarlane Toys richtig Mühe gegeben, dass das Ganze hier wirklich sehr kombik akkurat aussieht. Auch hier unten. Da seht ihr das hier auch noch mal. Das sieht wirklich nach Holz irgendwie aus. Haben sie schön gemacht. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Also stark gemacht. Ja, die Sichel selbst oder dieser Sichelstab, der ist auch relativ aus normalem Plastik gemacht. Also ist nicht flexibel. Also hier vorne minimal, aber passt ein bisschen auf. Da könnt ihr euch zum Beispiel wieder ein bisschen dran pieksen, wenn ihr da mal doof gegen kommt. Aber wirklich cool gemacht und sieht optisch am Batman einfach sehr stark aus. Wie gesagt, für mich eine der bisher besten Batman Figuren von McFarlane Toys in meiner persönlichen Sammlung, was Geschmackssache ist. Aber er sieht einfach wirklich sehr stark aus. Zubehörtechnisch ist jetzt hier wirklich nur die Sichel mit dabei. Und natürlich McFarlane Toys typisch hier noch mal so eine kleine Standy Plate. Na, das kennen wir aber auch schon alles soweit. Na, mit dem normalen DC Logo ganz schemenhaft unten drauf, mit dem kleinen Upsi, wo ihr die Figur raufstellen könnt. Mehr ist nicht mit dabei. Diese Standys finde ich persönlich aber trotz alledem wirklich sehr, sehr gut. Denn bei meinem McFarlane Toys Mortal Kombat Figuren begrüße ich das auf jeden Fall. Der eine oder andere ist dann nämlich nicht so standhaft und kippt immer mal um. Na, daher ist so eine kleine unterstützende kleine Base ist immer wirklich sehr, sehr gut bei diesen McFarlane Toys Figuren. Kopf sitzt auf einem Kugelgelenk. Wir können also Batman seinen Kopf eigentlich perfekt 360 Grad drehen, aber auch sehr weit nach hinten gucken lassen. Schock mal. Also wirklich sehr weit. Finde ich super cool. Nach unten geht das auch relativ gut. Also wenn ihr jetzt mal irgendwo erhöht steht und von oben runter guckt, auch das könnt ihr irgendwie in eurer Sammlung machen. Finde ich persönlich echt gelungen. Die Arme sitzen wieder auf diesen Ratchet Joints. Da passt ein bisschen auf. Bei mir sind sie Gott sei Dank relativ gängig. Ohne Probleme. Seht ihr das ja? Ich glaube, der Arm war ein bisschen steifer hier. Die müsste erst mal ein bisschen in Gang kriegen. Aber ihr hört es ja, Ratchet Joints, die regeln das schon. Wir haben eine, ja, einen Bicep Swivel hier mit eingebaut. Das geht auch ganz gut. Na, und wir können natürlich die Arme trotz des Mantels, wartet mal, ungefähr so weit nach vorne bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auch die Butterfly Gelenke drin sind. Normalerweise könnt ihr ja noch mal so ein bisschen hier im Schulterbereich das Ganze nach vorne bringen. Aber ich glaube schon, die sind drin. Aber sind jetzt hier auf jeden Fall nicht sehr effektiv. Doppelte Ellbogen sind mit am Start. Auch die auf Ratchet Joints. Sehr, sehr gut gemacht. Die Hände könnt ihr 360 Grad drehen. Pikst unglaublich hier. An der Hand sind nämlich auch noch ganz kleine, feine Spikes. Also passt da auf. Na, und ihr könnt sie theoretisch auch ein bisschen kippen. Aber ihr seht das ja hier. Da kommt so ein bisschen halt dieser Armschutz in den Weg. Aber nicht großartig wild. Oberkörperbeweglichkeit ist separiert. Und zwar hier in diesem Point ist das Ganze mit einer Separation umsehen. Schaut mal hier. Ich muss mal unter dem Mantel greifen. Dann können wir hier nämlich so ein bisschen nach links und rechts bewegen. Normalerweise haben wir auch oberhalb des Gürtels noch eine Beweglichkeit. Das ist bei McFarlane Toys typisch. Aber da ist alles relativ steif. Na, also die beste Beweglichkeit kommt wirklich durch diese oberen Separation. Da könnt ihr Batman wirklich sehr gut nach links und rechts bewegen. Nach hinten und auch nach vorne so ein bisschen noch biegen. Na, ich denke mal, da ist auch ein kleines Kugelgelenk drin. Passt mir soweit auch. Ist wirklich sehr, sehr gut. Dieser Part hier, ich sag jetzt mal, die Art Hose, ist wieder aus einem etwas flexlieberen Material gemacht. So können wir natürlich auch Batman in einen Split bringen. Schaut mal hier. Der McFarlane Toys typische Supersplit. Funktioniert. Da seht ihr auch noch mal die Gelenke, die übrigens auch nicht raus springen. Ohne Probleme. Alles super. Das passt mir soweit. Wir haben jetzt keine Oberschenkelbeweglichkeit, meine ich, oder? Doch haben wir... Oh, die ist sehr clever versteckt. Was heißt clever versteckt? Über diesen Nieten, über diesen ganzen Gurten hier ist die versteckt. Ich habe die gerade echt nicht registriert, weil das alles sehr, sehr fest an den Gelenken ist. Auch hier wirklich sehr, sehr gut gemacht. Beine kriegen wir jetzt strapaziert so weit nach vorne. Da rate ich euch aber dazu, das Ganze nicht zu lange zu machen, weil ihr seht ja auch, jetzt biegt sich hier so ein bisschen dieses etwas weichere Material rein und dann natürlich die vorhin angesprochenen kleinen, sehr gummihaften Ketten hier. Also um die mache ich mir an dieser Figur am meisten Sorgen. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Wir haben doppelte Kniegelenke. Auch die sind wirklich sehr nice. Passt mit diesen coolen Knieschützern auf, mit diesen Fledermaus-Knie-Schützern. Die sind jetzt hier genau in der Mitte raufgeklebt. Aber auch da könntet ihr mal hinterhaken, weil diese kleinen Spitzenteile hier sind zwar flexibel, aber auch da könnte eventuell mal was passieren. Aber muss nicht. Das muss nicht. Ansonsten, ihr habt es ja vorhin gesehen, die Füße sitzen auf diesen Kugelgelenken. Die kennen wir natürlich auch schon. Also die könnt ihr auch dann 360 Grad drehen. So ein bisschen Ankle Pivot ist auch drin. Wir können die Füße nach vorne und nach hinten bewegen. Übrigens sehr, sehr gute Gelenke dieses Mal. Ich habe da keine Probleme, dass irgendwas jetzt sich versteift an den Gelenken. Hier hatte ich in letzter Zeit bei McFarlane Toys leider immer noch ein bisschen öfters. Und wir haben hier noch die Zählenbeweglichkeit drin. Die ist auch Standard für McFarlane Toys. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe genau im richtigen Augenblick zugeschlagen, dass ich mir diese Figur halt gekauft habe. Denn ich habe ihn dieses Mal tatsächlich bei Amazon gekauft. Normalerweise bin ich ja bei Comicläden unterwegs und da gibt es die dann natürlich auch im Normalpreis. Aber dieser Batman hat gerade mal 20 Euro gekostet. Und normal liegt McFarlane Toys mit seinen Figuren in Deutschland so um die 25 bis 30 Euro aufwärts. Also wenn ihr solche Angebote und Schnapper bei euren Händlern generell seht, rate ich euch, schnappt sie euch, weil die sind es auf jeden Fall wert. Und nochmal die kleine Collectors Card hier für euch. Da haben wir auch nochmal den schönen Vorgeschmack auf das Bad Cycle, was ich wirklich hoffe, nochmal ergattern zu können, auch wenn ich da natürlich sehr spät mit dran bin. Aber ich möchte es selbst in der Sammlung haben, weil das Gesamtbild mit Batman einfach so cool aussieht. Das muss einfach in mein Display. Und ich werde es euch dann auf jeden Fall auch zeigen. Das verspreche ich euch. Und ich denke mal, das wird euch auch gefallen. Und ich kenne viele Sammler, auch unter meinen Zuschauern, die das Gesamtpaket hier natürlich schon in ihrer Sammlung haben und eigentlich sehr zufrieden damit sind. Liebe Leute, das soll es aber gewesen sein vom Death Metal Batman, einer der wirklich coolsten McFarlandons Batman Figuren in meiner persönlichen Sammlung. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten rein. Wer von euch hat ihn schon? Schreibt mir auch da gerne mal eure persönlichen, ja eure kleine persönliche Review rein. Wie gefällt er euch selbst, wenn ihr ihn schon habt? Wenn ihr ihn noch nicht habt, auf jeden Fall Kaufempfehlung. Ich würde sagen, ich bin raus, liebe Leute. Also danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dennne dann und natürlich reingehauen.